dann warten wir das ab dann gehen wir jetzt wahrscheinlich in den neto spazieren die wichtigen sachen lassen wir hier einen apfel mitnehmen das letzte kupfer kann jetzt bitte auch durchschmelzen den würde ich gern mitnehmen bzw werde ich jetzt mal meine spitzhacke reparieren und den hammer etwas reparieren und mein jetpack aufladen und hoffen dann ein bisschen kohle finde so das ist das wichtigere so schwert haben wir dabei das glas lassen noch da und das lassen wir auch noch da das lassen auch da und das brauche ich auch nicht mit ja das passt schon so was zu essen könnten wir nein es passt schon so lang gehen wir eh nicht sie ist gerade noch ein bisschen um ein bisschen neta quats zu sammeln ein huhn was machst du hier um ein ja ich mag den neto nicht letztens bin ich hier war ich farmen und habe vergessen ein waypoint zu setzen und wisst gar nicht wie panisch ich geworden bin es ist schon zur gewohnheit dass man einen waypoint hat der einen zurückbringt oh mann das sind viele zombie pigmener da drüben ist viel und sogar kohle hohoho so da haben wir jetzt mal aus farmen so das ist eh wurscht so mit dem hammer ab geht es schneller wie sieht das aus knapp aber doch da mal kobalt das können wir aber glaube ich noch nicht abbauen das wäre wieder ausstellen damit dass das explodiert weil ich das überhaupt nicht leiden kann dass mir die malis um die ohren fliegt das wäre wieder ausstellen damit dass das explodiert weil ich das überhaupt nicht leiden kann dass mir die wenn ich nur einfache erze abbauen will da haben wir auch noch welchen das ist das ding was mir eigentlich am meisten ausgeht und man hat auch nie viel davon ich hab kein kein schwert in der hand knurr mich nicht so an sonst gebe ich dir geht's weg lass mich in ruhe so was droppt ihr denn schönes witcher hunde zunge ok fahren wir auch noch ein bisschen was das verbraucht jetzt schön na das ist so jetpack lastig aber noch eisen jetzt kommen meine freunde clauston haben wir eh genug ich hätte noch gern was von dem von dem magical crops ding wo ist denn das jetzt eh da drüben weil dadurch dass das jetzt später reinkommen ist haben wir davon nicht so viel müssen wir ein bisschen weiter weg ich hoffe halt dass in der farm welt generiert so da haben wir noch kohle erz und gold explodiert wieder alles das meine ich das mag ich überhaupt nicht ich weiß aber nicht ob die explosion erze zerstört ich glaube nämlich nicht ja ich war nur erz ab bleib ruhig ja jetzt kannst du explodieren was ist das aus mir um 52 prozent so was haben wir da haben wir noch was so aha bist du wahnsinnig gleich drei normal drop dann erst aus dem was raus aber ja ich hab nichts dagegen weil ich glaube aus einem droppen dann vier oder so wenn man es mit dem richtigen gerät bearbeitet so jetzt haben wir eine fette quelle erwischt oder auch nicht grabstein wir werden uns noch ein paar knochen holen werden wir uns noch ein bisserl daran bedienen immer noch platz im jahr wohl haben wir noch dass wir dann nachher genug knochen haben so da ist eine netter festung wohl die pigments halten sich gerade eh in grenzen so die flammaden davon ah noch viel zu wenig da wäre ja mal gut wenn wir einen seed finden würden ja es geht einfach so viel schneller damit wir mal die essenz noch ansetzen können da ist jetzt ein pikman ja hör auf mich so dumm an zu knurren stahl nehmen wir mit kauf mal wo geh weg jetzt schauen wir noch da her redstone brauche ich jetzt nicht so haben wir eh genug redstone haben wir glaube ich dabei mehr als genug außerdem kommt jetzt dann irgendwann die quarry dorthin und von daher glaube ich dass es nicht so dramatisch ist wenn wir da das jetzt noch nicht mitnehmen was haben wir da ich höre ich da einen gast der kann dort bleiben wo er hingehört ja ich glaube das passt schon mal hallo hühnchen du bist auch noch da wo ist jetzt mein portal da wir werden uns überall dieses mal so ein paar nette häuschen hin bauen dass wir überall wohnen könnten wenn wir wollten da ist ja stockfenster daheim so wo ist mein da ist ein zweites netter portal aufgetaucht und das ist natürlich es ist nicht so weit weg aber ich verstehe es nicht schnell schließt die tür so jetzt nehme ich schon eine stunde auf wahnsinn jetzt trinke ich da wieder mal was wenn alles so warm ist schauen wir mal drei tiererze schmelzen verdoppelt mesurator macht es kaputt redstone offen verdoppelt pulver warum ich muss es eh schmelzen und wo kommt da am meisten raus zwei pulverisierer zwei seckmild zwei zwei okay gut dann dann jagen wir es mal durch den ofen theoretisch sollten wir jetzt jawohl und jetzt holen wir unsere stahlkugeln die irgendwo versteckt sind oh das war jetzt knapp und dann creeper puh ich habe schon meine ganze meine ganze bleibe wieder in die luft gehen sehen die kugeln da draußen wie er da steht und sich denkt ha fast hätte ich ihn in die luft gejagt na warte komm wir spielen da und tschüss ich treffe ihn nicht das wäre jetzt was gewesen ja kurz wegschauen einfach wenn ich wenn ich sage creeper oder wie weiß ich nicht gut also aus sechs stück haben wir genau elf bekommen tut noch okay nächstes mal mache ich das nicht mehr hier obwohl euer sechs wäre zwölf wir haben genau das bekommen naja egal wir haben ein paar dias wo machen wir denn das am besten schmelzen zwei mesurator doof 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 eloi smelter crusher passiert da gar nichts ne es passt da nicht mehr rein gut nein das nicht was macht er jetzt ah jetzt kriegen wir ne da bricks gut arbeite schmelze das und mach mir lecker kohle schnell bevor alle energie aufgebraucht ist so so und pulle ich glaube da kriege ich ah ist egal ähm ja dann machen wir es mit allen ärzen so zuerst schmelzen und dann zerstören 15 kohle da kann er jetzt ein bisschen rennen und das wieder hochpuffern obwohl er halt jetzt arbeitet aber das ist jetzt nicht so schlimm sehr gut die sind auch schon fertig ähm was braucht man denn außer jetzt einen ähm ja dann machen wir das gleich dann brauchen wir einen davon ein silizium ein redstone und den ja construction oje logik da her construction zack calculation aha so gut da ist da der schablone dings der boomster da so und holz geht sich alles alles geht sich aus alles ist so geplant jetzt ist die frage äh das lassen wir gleich da egal abriss zack das da und dann noch der hier hier und wir haben eine crafting einheit hier bringen wir das kabel relativ wenig und wir können hier sogar craften jetzt sehr gut so jetzt hat der kohle genug will ich mal hoffen ich mache mir noch ein paar fackeln restliche kohle stopfen wir da hinein und das auch jetzt noch was zum durchschmelzen ja und zwar das und dann hat der wieder was zum arbeiten ja läuft der recht flottig hier gut was ich jetzt noch machen möchte wäre aus denen kann man ja nichts craften es wäre irgendwie lustig wenn man die wieder zu staub machen könnte warum das nicht funktioniert ok es könnte an cheating grenzen aber nur könnte ich sage nicht dass es tut gut da brauchen wir wieder richtigen und wir haben aber keinen mehr schauen wir mal in die quarry welt hupf schauen wir mal was wir da finden arbeitest du überhaupt noch da ist eh überall was in den wänden außer er hat sogar schon was gefunden mh wieder viel kupfer ne ich habe das gefühl dass er trotzdem nicht wirklich arbeitet wenn ich nicht da bin ich weiß nicht irgendwie eilt mich da so ein gefühl bist du wahnsinnig gleich sechs ich muss erst schon gleich nachgucken steuerung ähm mehr spieler bla 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 mega bla 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 dann nehme ich das selber mit 12 gut hier habe ich noch kein ding immer kein waypoint macht so jetzt machen wir da auch noch ein waypoint in der dimension mining world portalos portale gut jetzt können wir uns noch schnell festplatten machen hoffe ich tür zu festplatten kraften apply the narcissistic alles klar okay da hätten wir die verwenden können tschuldigung da machen wir gleich mal das und das und das und das so der kalkulation kommt wieder darauf machen wir da zweimal das wir brauchen eh nur für das genau nicht sicht mal lieber mal zwei davon weil die baue ich dann eh wieder für die kleineren ms ms systeme die es dann wieder geben wird da werden wir wieder so dem opfer machen mit extra extra cells und so weiter zweimal redstone so dann brauchen wir den manchmal das machen wir aber jetzt dieses mal wieder aus aus dem material so eine müssen wir noch machen noch ein tier wo kommt der her doch eine diamantus haben wir noch noch drei ja ich bräuchte noch ein bisschen was 123 da werden wir dann auch gleich einen machen um glas so jetzt können wir darin schon super kraften wenn ich genug von dem hätte so ach gott 1 2 und dann noch das einmal zweimal und wir haben noch mehr festplatten und wir können dann schon anfangen das alles einzuräumen das schmeißen wir auch alles da rein und das nicht oh ein nein passt schon reicht schon wieviel haben wir jetzt 7 ja das passt schon das passt schon so jetzt räumen wir noch ein bisschen auf so wird ja wird ja langsam wir werden da jetzt noch ein paar ein bisschen was einräumen so das wichtige zeug mal kurz durchschauen was so zum wichtigen zeug gehört da haben wir zu wenig davon so naja das kommt jetzt mal alles nein haben wir nicht bitte mein Rucksack auch nicht so schnell schlafen wo sind Monster sicher auf meinem Dach nein nicht einmal da ist kein Monster und die Türen sind zu sind unter uns ja egal achso ich kann eh da raus so ich werde schon was eingreifen wenn was kommt so das Redstone das das mal sortieren da Gummi die Barren die Kristalle Nuggets wird es nicht so ne davon auch nichts davon jetzt auch nichts so die Bücher könnte man weil da haben wir auch viele bisher Bücher haben wir echt viele Finster ist bei mir so perfekt haben wir schon ein paar gute Sachen so ich will das immer nach Inventory tweak so ist das irgendwie Richtung nach dem also Minecraft ganz oben und dann so die Mods nach unten so habe ich es immer am liebsten so kenne ich mich am besten auch wir haben schon 400 uh immer wieder zweimal verschiedene ach Gott für sowas gibt es immer ganz einfache Lösungen einfach nochmal durcharbeiten lassen dann hat man das Problem nachher nicht mehr wohl da haben wir schon wieder den falschen Staub das werden wir dann auch nochmal durchlassen müssen ja wenn das dann alles von einer Maschine kommt wird sich das hoffentlich legen gut meine Freunde dann war es das jetzt mal nach dieser ewig langen Aufnahme Session ähm ich werde wahrscheinlich oder habe bereits wahrscheinlich einmal zwei Folgen rausgehauen damit das alles vor dem Livestream noch da ist und diese Folge was ich jetzt aufgenommen habe wird wahrscheinlich vor dem Livestream online gehen und das Video sollte dann auch gleich kommen oder ist schon draußen gut Leute bis dahin sehen wir uns dann nachher beim Livestream ciao ciao Vielen Dank. 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 Vielen Dank.